Herzlich Willkommen mit der Freunde, Investoren und Newcomer, was geht ab Leute, ich hoffe ihr habt einen schönen Tag, gucken wir uns an was der Markt hierbei macht, sehr sehr interessant, gestern hat ja die Rotation stattgefunden, ich schreibe euch auch bzw. ich nehme auch hier gerade auch aus den Bahamas auf, habt mir direkt einen Flug gebucht, bin Multimilliardär geworden, wer es verpasst hat, der hat selber Schuld, wir haben immer davon geredet, Gesichter werden schmelzen, gestern ist es passiert und ja, ihr habt es verpasst, habt ihr jetzt davon, nein Leute, ich mache natürlich Spaß, ich rede von dem Glitch, der gestern passiert ist hier auf CoinMarketCap, wer das nicht mitgekriegt hat, den zeigen wir erstmal gleich, was da passiert ist, Bitcoin geht ein kleines bisschen hoch, zieht den Markt natürlich wieder mit, geht Bitcoin hoch, geht der Rest hoch, Das ist so, Dogecoin war der große Sieger aufgrund des Tweets von Elon Musk, hat er gesagt gehabt, dass sie Dogecoin akzeptieren werden, um Merchandises zu verkaufen und das Ding ist dann durch die Decke gegangen, ob man jetzt wirklich in ein Asset investieren möchte, was durch den Tweet von Elon Musk nach oben oder nach unten getrieben werden kann, bleibt jedem selber überlassen, Aber gucken wir uns den Markt mal an, ist ein kleines bisschen nach oben gegangen auf jeden Fall, Bitcoin Dominanz und Ethereum Dominanz bleiben gleich, der Fear and Greed Index ist wieder in Richtung Angst gegangen, wir sind von extremer Angst ein bisschen weg und sind Richtung nur Angst, Bewegen uns langsam mit den neutralen Bereichen zu, das ist natürlich klar, sobald sich der Markt ein bisschen nach oben bewegt, geht die Angst auch wieder weg, An dieser Stelle Leute, vergisst den Chuck Norris Roundhouse Kick nicht auf den Like Button, ich habe schon gehört, einige haben ihr Handy zerschmettert dadurch, macht nichts, mit den Gewinnen, die ihr macht, könnt ihr euch direkt ein neues kaufen, Und wenn ihr tägliche News zu Cryptos und zu Altcoins haben möchtet, dann abonniert diesen Channel auch gerne und wenn ihr uns einen riesen Gefallen tun möchtet und diesen YouTube Algorithmus so richtig durchschütteln möchtet, Ihr wisst ja, schaut das Video von vorne bis hinten durch und teilt es auch gerne, das tut dem Algorithmus immer gut und wir werden dadurch auch weiterempfohlen. Okay Leute, was war denn gestern los? Wir hatten einen Glitch bei CoinMarketCap und Bitcoin ist einfach mal auf die 817 Milliarden gegangen, Ethereum auf 45 Milliarden pro Ethereum, Binance hat auch gut hochgelegt, 7 Milliarden ist einfach mal gegangen, XRP war zwar nicht so stark, aber wenn man bedenkt, dass es 100 Milliarden Coins gibt, ist es schon krass, was XRP gemacht hatte. Wir sind auf 21 Millionen pro XRP gegangen, darum nehme ich das hier auch gerade aus den Bahamas auf Leute, war richtig lustig, Aslan hat mir das gestern geschickt, sonst hätte ich es nicht mitgekriegt. Meint so, Bruder, was ist da los? Und ich gucke da rein, ich denke, was ist denn jetzt los hier? War wohl ein Glitch und dazu gab es noch richtig interessante Bilder wie das hier. In CoinMarketCap in real life, original, original sah das gestern aus, genauso haben sich einige wahrscheinlich gefühlt. Als ich das gesehen habe, habe ich mich auch genauso gefühlt wie Floyd Mayweather hier, aber ja, zum Glück ist es ein bisschen mehr als das hier, aber das Verhältnis zu dem, was CoinMarketCap angezeigt hat, im echten Leben hat sich wirklich so angefühlt. Einige, einige haben ihren Job gekündigt, das ist natürlich hier nur Spaß. When you quit your job, but realize CoinMarketCap was just a glitch. Wenn du deinen Job gekündigt hast und dann realisierst, dass es nur ein Glitch war bei CoinMarketCap, zu lustig das Bild. Wenn wir uns das mal angucken, werden wir direkt mal seriöser hier. Die USA hat keine andere Lösung, als die Schuldengrenze auf 2,5 Billionen nach oben zu bringen, damit das Land einfach nicht komplett bankrott geht. Sie sehen keine andere Lösung. Was das bedeutet, das kann bedeuten, dass wir eine höhere Inflation sehen werden im Bereich Dollar. Und wer sich mit der Weltwirtschaft auskennt, der weiß, dass der Dollar alle anderen Währungen auch beeinflussen wird, weil viele Kredite von den USA ausgegeben werden. Viele Länder benutzen den US-Dollar. Aber es ist die Weltwirtschaftswährung. Alle anderen Währungen werden prinzipiell an dem Dollar gemessen. Und das ist kein so gutes Zeichen. Kurzfristig ist das okay. Langfristig ist das kein gutes Zeichen. Weil das ist ein Land, es ist eine Weltwirtschaftsmacht. So vieles hängt von diesem Land ab. Und die sehen keine andere Lösung, als ihre Schuldengrenze weiter nach oben zu bewegen, um aus diesem Teufelskreis nicht herauszukommen. Sondern um das irgendwie zu verlängern. Den Moment, wo sie mit einer Lösung herkommen müssen. Und das ist halt ein sehr, sehr verzweifeltes Zeichen. Und weist auf jeden Fall darauf hin, dass in den nächsten Jahren, vielleicht nächstes Jahr, vielleicht übernächstes Jahr, sowas ist ganz schwer zu predikten, dass die ganzen Crash-Kurs auf jeden Fall recht behalten werden. Ich weiß, es wird immer gesagt, wenn die andauernd sagen, es wird crashen, irgendwann kommt der Crash. Natürlich kommt irgendwann auch der Crash. Aber es gibt bestimmte Indikatoren, die darauf hinweisen, dass wir nicht weit weg davon sind. Und das sind zum Beispiel einen davon. Und ja, ich glaube, die meisten verstehen gar nicht, was damit gemeint ist. Vor allem, was in Anführungsstrichen diese Crash-Gurus alle meinen. Ich bin jetzt auch kein Crash-Guru oder sonst irgendwas. Dafür habe ich nicht das Wissen, was diese Leute, die man Crash-Gurus nennt, so scherzhaft. Das sind Marktexperten, die sich seit Jahren mit der Makro- und Mikroökonomie in der Weltwirtschaft beschäftigen. Das heißt, es kommt nicht von nirgendwo, dass die mit diesem Crash, in Anführungsstrichen, Theorien da ankommen. Und das hier ist auf jeden Fall eine der Zeichen, die auf jeden Fall dafür spricht. Gucken wir uns das mal an. Dann, XRP-Millionäre steigern ihre XRPs. Die kaufen weiter ein in den letzten, was stand hier, drei Monaten, glaube ich, oder sechs Monate. Kleinen Moment, wo stand das genau? Hier. In den letzten drei Monaten haben die XRP-Wahler, das sind die, die im Durchschnitt zwischen ein und zehn Millionen XRPs besitzen. Das sind die hier, genau, die zwischen ein und zehn Millionen XRPs besitzen. Das entspricht ungefähr 3,31 Milliarden Coins. Haben nachgekauft. Die haben nicht verkauft, obwohl wir nochmal Price-Drops von 20% hatten. Die kaufen weiter ein. Das heißt, was wissen die, was wir nicht wissen? Nichts, nichts besonders mehr. Wenn wir die News betrachten, wenn wir sehen, wie sich XRP entwickelt, trotz der Sekt-Klage schauen die meisten auf den Preis und denken, oh, der Preis fällt zu stark. Wenn man sich aber anguckt, wie stark die Infrastruktur von Ripple und RippleNet, RippleLabs gewachsen ist und diese Infrastruktur, die wird aufgebaut, damit XRP letztendlich genutzt werden kann in Zukunft, dann versteht man, dass man nicht auf den aktuellen Preis schauen soll, weil der noch von Bitcoin gesteuert ist und von Wahlen gesteuert ist. Sondern diese XRP-Wahlen, die sich hier permanent nachkaufen und sich die Taschen damit füllen, die sehen in die Zukunft und wissen, wie sich diese Asset-Klasse entwickeln wird. Und die wissen, wie sich XRP entwickeln wird. Und die wissen, dass sie ihre Investments für 10, für 20 oder für 100-fachen werden in Zukunft. Und darum kaufen die auch neu ein. Darum, Leute, macht, was das Smart Money macht und tut nicht, was sie sagen. Weil die meisten, die reden schlecht davon. Die reden, dass das keine Zukunft hat, dass das zentral wäre, was schwachsinnig ist. Und all diese komischen, komischen Sachen, die die Leute sagen, die nicht viel Ahnung davon haben. So, oh, wenn die digitalen Währungen kommen, digital Euro, Dollar, dann braucht man XRP gar nicht. Die verstehen gar nicht, wie solche Transaktionen abgewickelt werden. Die haben das Fundamentale Wissen sich nicht angeeignet. Oder sind zu faul, einfach mal irgendwo nachzulesen und zu gucken, was XRP da überhaupt machen wird. Und dass diese digitalen Dollar und digitalen Euros das Problem, was man jetzt in der Finanzwelt bei den Transaktionen hat, nicht ändern werden. Es wird einfach nur digitalisiert. Aber die Probleme nehmen sie im digitalen Bereich mit. Und dass XRP da eine Lösung für ist, das verstehen dann einfach die meisten nicht. Aber gut, gucken wir mal weiter. Das sind richtig dicke News. Ein institutioneller Bitcoin Broker, NYDIG, das ist ein Riese, der hat jetzt über West Capital ein Funding Round von einer Milliarde bekommen. Das ist die historisch größte Funding Round, die es im Crypto-Bereich gab. Vor kurzem dieses Jahr hat FTX die Börse in den Rekord mit 900 Millionen gehalten. Das hat sich jetzt geändert. Aber gucken wir mal, bei FTX wird noch ein Funding Round von 1,5 Milliarden geplant. Dann würden sie NYD hier wieder alt aussehen lassen. Aber da gucken wir uns das mal an, wer steckt hier überhaupt noch alles hinter? Es sind Firmen wie Affirm, FIS, Pfizer, MassMutal, Morgan Stanley, New York Live. Das sind Riesen und Giganten, die dahinter stecken, Leute. Und worum geht es hier überhaupt? Es geht hier darum, das Ecosystem um Bitcoin herum zu steigern. Also es soll ein Upgrade geben im Bereich Bitcoin, um die Bitcoin-Plattform, um die Kapazitäten von Lightning-Zahlungen, Asset-Tokenisierung und Smart-Contracts im Bereich Bitcoin dem Kunden näher zu bringen. Und das, Leute, das sind gigantische Zeichen. Ich habe nicht viel vom Lightning-Network gehalten, weil es halt nur für Bitcoin-Nutzer ist. Aber wenn solche dicken Institutionen wie NYDIG dahinter stecken, dann werden sie wahrscheinlich auch irgendwann daran arbeiten, dass es interoperabel eventuell werden kann. Und ja, auch wenn nicht, gibt das halt eine richtig dicke Plattform, wenn man jetzt Bitcoin wirklich utilisen will, starke Anwendungen auf Bitcoin bringen will. Es ist so eine Riesenfirma. Auf jeden Fall haben die ganz andere Ressourcen, viel mehr Kunden, um die Utility bei Bitcoin über Lightning an den Mann zu bringen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr positives Zeichen. Denn wenn Bitcoin steigt, wird der gesamte Markt steigen. Das sind richtig, richtig dicke News. Die stimmen einen ziemlich, ziemlich Bullish. Aber nichtsdestotrotz, ihr wisst ja, ich persönlich glaube, dass der Bullrun für Bitcoin selbst in diesem Run vorbei ist. Dass Bitcoin keinen neuen All-Time-High setzen wird. Aber dass der Alt-Coin-Run noch bevorsteht und dass wir bei den Alt-Coins noch richtig starke All-Time-High setzen werden, da bin ich immer noch dran. Und nichtsdestotrotz, es gibt halt viele wie DevTech und Will Clemente, Willy Woody sagen halt alle, der Bullrun für Bitcoin wird weitergehen. Es gibt Pros und Cons natürlich dafür. Das gucken wir uns jetzt noch einmal kurz an. Im Weekly Chart, das ist auf jeden Fall positiv hier zu sehen, dass die 34 Tage Moving Average auf jeden Fall gehalten hat. Wir sind einfach nur runtergelegt. Candle Body haben wir abgeschlossen darüber. Wir haben uns zwar jetzt immer noch nicht über die 21 Tage Moving Average im Weekly bewegt, denn wer Bullish zu Bitcoin noch eingestellt ist und wer der Meinung ist, wir werden noch neue All-Time-High setzen, der muss sich wirklich dafür interessieren, dass wir über die 21 Tage Moving Average kommen, weil wir, wie ihr sehen könnt, in der Vergangenheit in einem Bullrun immer darüber gehalten haben, über die 21 Tage Moving Average. Das war der 2017er Bullrun, wie ihr hier sehen könnt, haben wir uns während des gesamten Bullruns immer drüber gehalten, nur leicht angewägt, den 21 Tage Moving Average. Und erst als es hier bergab ging in den Bärenmarkt, haben wir den 21 Tage Moving Average nach unten gekreuzt. Und das Gleiche galt auch für den 2013er Bullrun. Darum sollte man auf jeden Fall interessiert sein, dass sich der Bitcoin-Preis-Chart über diese 21 Tage Moving Average hält. DevTech hat hier darauf hingewiesen, dass diese Phase, die wir hier hatten, dieser Dip, diese beiden Dips mit dem starken Anstieg und diese beiden Dips mit dem starken Anstieg, genau da, wo die Pfeile sind, wo ich hier auch den Pfeil gesetzt hatte, das waren die Oktober-Pumps, die kommen sollten, die auch gekommen sind. Der Dezember-Pump, ich habe ja erwartet, dass wir im Dezember diesen starken Pump sehen, in den Altcoins, vor allem inzwischen Mitte Dezember und Mitte Januar, dass dieser starke Anstieg kommt und wir neue All-Time-Highs bei den Altcoins sehen werden. Warten wir noch ab? Kann noch kommen. Ist es aber wichtig, dass es genau in diesen Zeitrahmen kommt? Nein, das ist es nicht. Ich habe kein Problem damit, wenn unsere vier bis fünf Indikatoren erst im zweiten oder dritten Quartal ausgelöst werden. Zeit kann man nicht predikten, wir können nur ungefähr schauen, in welchen Bereichen das ungefähr passieren sollte. Aber letztendlich, hey, ob das jetzt später oder früher ausgelöst wird, ich habe da überhaupt kein Problem mit. Wir haben immer noch unsere Indikatoren, die stehen immer noch. Von Tag 1, wo wir das Video, wo wir unsere ersten Videos gemacht haben, haben wir da über diese vier bis fünf Indikatoren gesprochen. Die stehen immer noch und ich achte immer noch genau da drauf, um zu schauen, wann ich aus dem Markt hier aussteige. Wenn wir uns einmal angucken, was Ethereum hier gemacht hat. Wir haben mit Ethereum runter korrigiert in diese Bereiche, haben gestern ein neues Tief gesetzt nach dem All-Time-High, was wir hatten. Aber es schaut hier immer noch recht positiv aus. Wir haben hier die Spitzen hier, die wir hier nach diesem Hoch hier gesetzt haben, noch nicht mehr angetestet. Wir sind hier in diesen kleinen Bereich hier gekommen und das sieht für mich immer noch sehr, sehr positiv aus. Vor allem ist das für mich nicht so dramatisch, was hier bei Ethereum passiert, weil wir nach dem All-Time-High, was wir gesetzt haben bei der ABC-Correction, danach hier den B-Lag hier auf jeden Fall nochmal gebrochen haben, nachdem die Korrektur kam. Und hier habe ich euch schon gesagt, dass das egal ist, ob jetzt noch eine Korrektur kommt oder nicht, dass das auf jeden Fall ein super positives Zeichen war, dass wir eventuell den nochmal brechen werden, neues All-Time-High setzen. Und wenn wir uns einmal die FIPS hier reinziehen und schauen, in welche Bereiche wir runtergegangen sind, wir halten uns jetzt genau bei der 78,6 Fibonacci Retracement. Und ihr wisst ja, die 78,6 und die 70,2, das sind oft die Bereiche, wo wir einen Reversal finden. Wir haben hier auch beim RSI eine ziemliche Diversion. Letztendlich, wenn man sich das anguckt, langfristig geht der Trend hier immer noch recht hoch. Das RSI zeigt uns aber einen ziemlich fallenden Kurs. Und jetzt von dem All-Time-High-Punkt aus hier, den wir hier gebildet haben, bis jetzt, wo wir den B-Lag wieder angetestet haben, haben wir trotzdem stetige fallenden RSI gehabt. Das weist normalerweise, also normalerweise, wenn man ganz technisch hier rangeht, guckt man sich das an, sagt, man hat hier einen High gebildet, das zweite High, was man hier gebildet hat, ist Lower. Es wird immer Lower. Wir haben immer kleinere Highs, die wir bilden, mit immer tieferen Lows, die wir hier bilden. Und das ist normalerweise bei der klassischen technischen Analyse kein gutes Zeichen. Das weist oft darauf hin, dass man einen weiteren fallenden Kurs haben wird. Allerdings, wenn man den Kryptomarkt kennt, weiß man, dass das eventuell für einen Reversal sorgen kann. Und ich bin auch der Meinung, diesen Reversal werden wir sehen, an dem Moment, wo die Altcoins anfangen werden, ihren Run zu beginnen, und wenn letztendlich Bitcoin einen neuen Peak setzen wird, bei der 70,2 Fibonacci-Tracement oder 78,6, das heißt zwischen 61 und die 63.000 ungefähr. Dazwischen, wenn Bitcoin einknickt, wird wahrscheinlich in diesem Zeitpunkt die Rotation stattfinden und der Altcoin-Run beginnen. Wenn wir uns hier noch einmal angucken, was Bitcoin hier gemacht hat, wir sind hier wieder in diesen Flag-Bereich reingekommen. Nichtsdestotrotz halten wir uns hier immer noch über den Fibonacci-RMA-Ribbon von 233, beziehungsweise da drunter, nicht da drüber. Ich zoome mal ein bisschen näher ran. Wir haben den gerade mal einmal angetippt, aber es ist immer wieder ein gutes Zeichen. Ihr wisst ja, je öfter wir diesen Bereich antippen und die Resistance antesten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir einen Ausbruch nach oben sehen werden. Ich wollte euch noch einmal kurz zeigen, was der S&P 500 gemacht hat, was eventuell auch Bitcoin machen kann, für die, die noch Bullish eingestellt sind. Man hat hier sowas öfter gehabt, dass man einen Tief antestet und dann diesen starken Run hat. Das haben wir beim Dow Jones genauso gehabt. Wir haben hier die Tiefs gehabt, die wir beim Dotcom-Bubble und 2019 bei der Finanzkrise hatten. Das war die Corona-Korrektur. Wir sind runter an die Spitzen gegangen und dann einen starken Run gekriegt. Wer also noch an den Run von Bitcoin glaubt, der könnte sich das ungefähr auch als Beispiel nehmen, was wir hier gemacht haben. Die Peaks, die wir hier gesetzt hatten, bei den starken Korrekturen, die wir gesehen haben nach dem All-Time-House. Genau diese Peaks haben wir hier nochmal angetestet mit dieser Korrektur. Jeder, der an den Bitcoin-Burern noch glauben kann, der kann sich ungefähr sowas angucken und sagen, hey, das ist ein eindeutig starker Indikator dafür, dass wir noch einen Riesen-Run nach oben sehen werden. Ich persönlich glaube es nicht. Ihr wisst ja, ich glaube, innerhalb dieser Bereiche wird Bitcoin einknicken hier irgendwo und die Altcoins ausrasten. Aber nichtsdestotrotz sind das Spekulationen. Letztendlich habe ich kein Problem damit, wenn Bitcoin neue All-Time-High setzt. Das ist gut für den gesamten Kryptomarkt und wird auch dafür sorgen, als Katalyst, dass die Altcoins auch ausrasten werden. Daher, hey, wir beobachten. Wir gucken, was passieren wird und wenn unsere Indikatoren eintreffen, dann wissen wir, dann werden wir verkaufen. Wir haben unsere Ausgangsstrategie und das ist wichtig, dass man sich dann daran hält. Mit diesen Worten, Leute, melde ich mich erstmal bei euch ab. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns heute Abend beim Livestream und Crypto Heroes out!